vor einer gewissen zeit da hatte ich ein gespräch mit einem bruder es war in zeiten von ramadan und da habe ich ihn gefragt ob er fastet der bruder hat erwidert er kann nicht fasten und er hat gesagt allah wird mir nicht vergeben weil ich die freitagsgebete nicht verrichte ich hatte ein weiteren gespräch mit einem anderen bruder und er hat gesagt ich begehe diese sünde ich trinke alkohol ich mache dieses und jenes es lohnt sich nicht den islam ernst zu nehmen es ist aussichtlos ist doch von subhanallah egal welche sünde sei es kleine sünde da ist große sünde sei es alkohol bei zinsen sei es eine lüge was auch immer man darf niemals an die barmherzigkeit allahs verzweifeln was doch für allah in allahe keine rafura rahima und bitte allah um vergebung gewiss allah ist vergebend und barmherzig ich gebe euch mal ein paar beispiele wie schön die barmherzigkeit allahs ist sagen wir mal ja man betrückt einen freund er wird dir vergeben okay man betrückt ihn noch mal ja man schadet ihn vielleicht wird er dir noch mal vergeben aber spätestens im dritten vierten er hat es auf menschen haben halt deren grenzen ja aber bei allah ist es nicht so du kannst 50 100 mal das kannst du hast 1000 mal gesündigt aber wenn du in dem moment ruhig spürst und möchtest allah um vergebung bitten allah kann dir gesunden auslöschen ich gebe euch mal ein weiteres beispiel sagen wir mal man hat keinen bock auf sein zuhause ja man möchte weg von zuhause deshalb rennt man ja man geht weg man rennt geradeaus zehn jahre lang entfernt von zuhause man möchte einfach weg von zuhause einfach weglaufen und nach zehn jahren wo man weggelaufen ist ja irgendwie man heimweh man möchte zurück zuhause aber es ist nicht so einfach ich meine man ist zehn jahre lang entfernt der gehweg ist zehn jahre lang aber wenn man sich von allah 50 jahren entfernt ja man nicht gebetet man hat den koran rezitiert ja man hat allah ignoriert und irgendwann da merkt man man hat es falsch gemacht der weg zurück zu allah ist nicht so schwer es können schon ein solut ausreichen stellt euch das mal vor hat 50 jahre lang gesündigt und hat sich 50 jahre lang von allah entfernt bei den 50 jahre lang ignoriert war die gebete nicht ernst genommen hat allah nicht ernst genommen 50 jahre oder noch mehr und irgendwann man möchte allah um vergebung bitten da sagt man ja rob bitte vergib mir meine lieben brüder eine letzte nachricht wenn ihr sündigt dann heißt das nicht dass sie nicht zum moschee dürft ihr dürft nicht sagen ich kann nicht zum moschee weil ich diese oder jene sünde gemacht habe subhanallah ihr gehört doch zum moschee meschit ist doch der ort wo man sich verändert ich meine erst recht wenn man sündigt dann sollte man doch danach an allah gedenken und allah um vergebung bitten wenn der prophet muhammad sallahu alaihi sallam sagte alle kinder adams gehen ständig fehl doch die besten derjenigen die ständig fehl gehen sind diejenigen die ständig bereuen ich meine sie ja r remainder war die mir das mir dass mir vous und